Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bitte, ich gebe euch alles, was ich an Geld habe. Tut mir nichts. Was sie bisher für sicher hielten, gibt es nicht mehr. Was hat das zu bedeuten? Es bedeutet, dass denen alles egal ist. Die sind bereit zu sterben. Jeder von ihnen. Die machen uns alle fertig. Es bedeutet, bis zum Tod. Wir sind mitten im Krieg und vom Feind ist nirgends was zu sehen. Danke fürs Zuschauen. Verratet uns gerne unten in den Kommentaren eure Meinung. Wie fandet ihr das Video? Lasst gerne ein Like da und auch ein Abo. Und vergesst dabei nicht, das Glöckchen zu aktivieren. Bis zum nächsten Mal.